CSGoreaper.com Yo, wolle, schönen guten Tag bei euch, ich bin Spruch und Spruch und Zack, Roadies hier zurück und yo mate, CSGohunt ist angesagt auf jeden Fall, immer wieder eine Freude, weil da gehen nämlich auf jeden Fall absolut leckere Pots, wir hatten vorgestern heftige Pots, gestern wollten wir ein paar kleinere und heute ist so der Mittelmaß, so auf jeden Fall der Plan, gucken wir mal, nicht dass der Potti nachher wieder so riesig wird, CoinFlips haben wir nachher auch den ein oder anderen Zimmer, mit dabei haben wir hier den Birix, ah und für die Leute, die es interessiert, was ihr hier im Hintergrund seht, ich habe ja Steam Inventory Helper, habe ich hier ausgeschalten, beziehungsweise deinstalliert, habe ich jetzt hier was Neues, CSGohunt Wizard heißt es, ist ein Google Chrome Add-on, ich weiß so oder so, dass der ein oder andere fragen wird, er haut direkt 3 USP rein oder? 3 USP, absolut lecker, ja, ja, hier muss natürlich auch was gehen, ja, hier muss das ein oder andere einmal wieder am zappeln sein, ja, und hier finde ich auch das geile mit den Smileys, ja, den finde ich echt gut, jetzt mal gucken, was hier noch geht, 30 prozent wir haben 18 prozent bitte 14 prozent ich komm schon macht das absolute early ticket daraus bitte 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 kommen bitte gar nirgends mehr gibt es doch nicht 20 prozent wo war der relativ late ticket 62 ticket scheiße man direkt wieder rein direkt am anfang soll jetzt sind wir hier mal 100 dollar rein ich will jetzt auch mal gewinnen sollte mit dem portfolio werden wir auf jeden fall danach noch ein paar coinflips machen 30 bin ich bin ich drin was du annehmen auf der seite wahrscheinlich nein das hat hier irgendwie fail to load items oh mein gott oh mein gott ja egal schaffst du noch man das müssen wir noch mal rein zu machen okay schaffe ich noch da gehe ich jetzt auf jeden fall abfahrt ich habe angenommen am handy auf jeden fall hier zack 110 dollar jetzt aber mal pot gewinnen aber jetzt kommt wahrscheinlich keiner mehr hinterher weil keiner will 50 dollar auch schon oh 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 bitte ein pop mal gewinnen kommen der wäre doch jetzt lecker an 36 prozent noch einer rein ich weiß ja okay nicht mehr viel aber bitte 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 wir haben 33 prozent das ist ein drittel das ist ein fucking drittel kommt schon bitte ey es kann nicht wahr sein alter und jetzt was early was der gewinnt mit 1 prozent gibt es nicht glaube wir müssen jetzt der coinflip wechseln bevor ich hier komplett tilt gehe 270 haben wir verloren ja kommen wir mal einen auf welche seite bericht auf jeden fall bei der seite terror immer t ja ja wir machen jetzt ein 170 dollar coinflip auf und probieren die 170 ja wir haben 170 verloren alter ich kann noch nicht in jedem video bruch gehen sollte geöffnet sein hier können wir glaube ich klosen okay da bin ich hoffentlich scheint jetzt jemand rein okay mails wir zeigen jetzt hier mal ein 94 weil wir hier einfach so lange warten müssen gerade bis es genommen wird und wird scheuen als terror so komm abfahrt da sind wir jetzt drin jetzt müssen wir hier wort drücken berg speilert nicht so warte was ist jetzt nichts aufgefloppt verlieren wir jetzt wenn du nichts ausgefloppt ist komm bitte gib jetzt den coin her ja das sieht nice aus nice boy safari wisch ja immerhin haben wir jetzt 90 dollars wieder zurückgewonnen ne ja und jetzt noch den oberen dann sind wir im profit lecker 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 dann auf geht's den 170 ja ich hab doch hier eine aufwahrung sollte wenig aber der ist auch terror nee nee das machen wir nicht hey kann ich den hier abbrechen aber da unten ist noch 90 ja ja guck mal voll die kacke obwohl akka rücken ja sind zwei gute skins den rest können die sich ja abziehen so das würde funktionieren aber ich schmeiße ja auch noch zwei leckere skins hast du schon refreshed nee egal probier mal vielleicht geht es ja auch noch sieht sehr gut aus wir haben hier sogar mehrere prozent gekommen bitte jetzt einfach noch ein paar coinflips gewinnen um den jackpot wieder auszugleichen das wäre auf jeden fall echt nice dann wärst du schon 10 oder 20 dollar im profit wenn du den hast oder nee ich habe vor 170 minus obwohl doch wie ist der der ist neu 90 jahr ok ja doch das stimmt dann hätten wir schon ein bisschen profit so wir müssen wir müssen wir müssen wir müssen kommen bitte drück das ei jetzt kannst ja mal drauf achten was ob weil es ist wo wird die mobile für mich bitte kommt terror das war t oder ja oder oder ja ich glaube auch der verfällt hier gar nicht nach einer halben stunde oder was ich glaube der bleibt jetzt die ganze zeit der bleibt es für immer da freunde also wenn das video wahrscheinlich online kommt ein paar stunden später wird er kämpft immer noch aus guck mal das ist jetzt in 17 minuten aufnahme aber ich denke da ist gerade mal content drin für sieben minuten also das ist richtig pp zack zack spannung 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 weiß nicht dieses ganze rumgepimmel dazwischen drin immer ja mit das auf jeden fall echt ein pluspunkt hat der bildschirm gerade erzählt hier oben at csco hand to your name and enjoy 0 prozent commission und coinflips das echt richtig nice ja da ziehen die sich gar nichts ab das heißt ihr habt wirklich 50 50 prozent chance wenn die csco hand in euren namen macht ja habe ich jetzt nicht gemacht ja gut fürs nächste video weiß ich es auf jeden fall so weiss wir haben jetzt hier über zehn minuten gewartet auf den kunden flippt aber und gealter keiner vielleicht ist der kopf für verpackt wir werden jetzt auf jeden fall noch ein abschließende machen mit paar weniger items und dann hoffe ich dass da jemand rein scheint ich würde sagen wir haben wir ein kommen hier oder an die sind 180 hier kommt auf geht es 500 dollar flippen ja oder sollen wir einen scheuen kommen wir scheuen ein der 47 prozent okay guck mal ich habe 52 prozent schauen wir mal schauen wir mal der ist level 99 verdammt die kacke was er hat bitte jetzt ein abschließenden gewinn wir hätten einen flipkna geschسم kommen bitte 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 jetzt haben wir so lange gewartet und verloren gibt es ja nicht stimmt ja gut das haben wir vorräum ded spontaneous 160 dollar beschissen und wir haben einfach so lange gewartet und mann kacke Na gut, Mates, schaut beim B-Rix vorbei. Ich gehe jetzt auf jeden Fall auf einen Geburtstag. Leider ohne extra Geld für den einen oder anderen Cocktail, weil das haben wir jetzt alles verloren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich sage Spider-Battle, Schluss. Hau rein.